hier ist ja es geht weiter mit dem thema pufferspeicher bei den grundlagen zur salatimi und ich werde euch in diesem video jetzt weiß über die unterschiedlichen pufferspeicher typen was erzählen so ich habe noch mal wieder was vorbereitet also ihr erinnert euch vorhin also vorhin heißt im letzten video habe ich euch ja hier einmal den speicheraufbau gezeigt ja so das ist ein ganz normaler einfacher pufferspeicher wie ich den auch habe so und da gibt es halt ein paar anschlüsse und jetzt gibt es könnt ihr so einen einfachen pufferspeicher ja der ja hier keine richtige systemtrennung irgendwie drin hat den könnt ihr ja zum beispiel anwenden um euer heizungswasser damit zwischen zu speichern ja heizungswasser ein heizungswasser raus ja so auf der anderen seite wieder die hanskreise anschließen so wie ich das ja in den anderen grundlagenvideos ja auch eingezeichnet habe ja so damit könnte aber dann nur heizungswasser dann ja zwischen speichern ja ihr könnt ja nämlich nicht heizungswasser mit trinkwasser vermischen ich hoffe das ist klar ja also hier ist nur immer ein medium drin heizungswasser und sonst nichts das wäre die eine möglichkeit so jetzt könnt ihr natürlich auch so ein also rein theoretisch so einen einfachen speicher nehmen um auch trinkwasser darin zu speichern das sind dann trinkwasserspeicher nennen sich die ja die sind manchmal auch in den emailliert oder so aber grundsätzlich das prinzip ist das gleiche ist wieder ein medium drin trinkwasser ja sondern gäbe es auch wieder warmes wasser würde hier irgendwie erhitzt werden oder heiß hier reinkommen aber erhitzt von heizung würde hier zwischen gespeichert werden auf der anderen seite könnte es dann auch wieder entnommen werden also grundsätzlich gleiches prinzip einfacher speicher für für trinkwasser könnte könnte dir für beides benutzen obwohl wohl gemerkt die trinkwasserspeicher müssen auch für trinkwasser zugelassen sein aber das prinzip ist das gleiche das ist die einfachste form so und jetzt ist die frage wenn ihr irgendwie eine systemtrennung haben wollt ja so wenn ihr also quasi das wasser hier ja getrennt ist von einem anderen kreislauf ja von den heizkreisen zum beispiel getrennt werden muss aus welchen gründen auch immer oder für eine solartemianlage getrennt werden muss oder zu einem anderen wärmeerzeuger getrennt werden muss auch wirklich dass es keine ja also dass halt nicht das gleiche wasser eben wieder da drin fimmt ja so dann braucht ihr halt wärmetauscher und da gibt es einmal die möglichkeit einen pufferspeicher zu kaufen der wärmetauscher schon integriert hat ja so und das dann nimmt man einfach ganz normalen pufferspeicher und integriert hier drin auch noch hier gehen dann auch einfach nur rohre dadurch ja das ist meistens ein edelstahl welt rohr wie das auch zum beispiel für solatimi verwendet wird also hier so ein teil ja da kann man verbiegen so und dann wird das halt dann wird das halt so einfach so gebogen in den speicher halt irgendwie reingelegt und hier irgendwie verschweißt ja so und damit habt ihr halt eine wärmetauscher fläche also das sind irgendwie keine ahnung ganz viele ganz viele meter an diesen von diesem rohr da drin und wenn jetzt hier dann sag ich mal wasser rein fließt also jetzt zum beispiel warmes wasser hier rein fließt und hier innen drin im speicher um das rohr herum das mal ein kaltes wasser ja sondern fließt das hier rein fließt hier durch und gibt natürlich während es hier durch fließt die wärme an das innere des speichers ab und kommt halt kälter wieder irgendwie raus so und somit tauscht wird die wärme quasi aus den aus den kreisen hier in den pufferspeicher abgegeben so und ja so einfach ist es ja so dass wir halten pufferspeicher mit wärmetauscher die intern sind also innen liegen sind und da gibt es halt versionen mit einem wärmetauscher oder auch mit zwei wärmetauscher ich weiß nicht ob es welche also grundsätzlich könnte man ja auch noch mehr rein basteln je nachdem wie viel platz da ist immer mit dem pufferspeicher auch kein platz mehr aber das sind so die üblichen varianten die verkauft werden also pufferspeicher ohne wärmetauscher wird meistens mit wt abgekürzt wenn er das irgendwo sieht und mit einem wärmetauscher wie einen wt und mit zwei wärmetauscher wie zwei wt also 0 bis 2 wt ist so der standard mit mehr habe ich auch so standmäßig nicht gesehen von der stange ja so und naja ich meine das hätte jetzt zum beispiel den vorteil erst mal wenn ihr als so solche wärmetauscher innen drin habt dass ihr natürlich auch mehr anschlüsse erst mal habt ja also mein speicher hat jetzt zum beispiel acht so das sind bei vielen speichern ist das so 88 anschlüsse standardmäßig oft ist das schon wird schon ein bisschen eng ja bei mir auch und da könnte man natürlich durch ein extra wärmetauscher hätte man dann könnte man halt noch eine heizung anschließen gibt ja manchmal anwendungsfelder will man pelletkessel da will man halt vielleicht noch ein holzvergaser haben und eine solatemi-anlage vielleicht noch eine solatemi-anlage weil ein anderes kollektor fällt noch oder oder so ja und oder eine wärmepumpe noch dazu oder so und da braucht man halt viele anschlüsse dass wir zum beispiel eine möglichkeit da die anschlüsse auch mal zu erweitern indem man halt noch diese diese wärmetauscher bestellt aber auf der anderen seite haben wir hier natürlich wirklich eine systemtrennung drin ja so durch so ein wärmetauscher könntet ihr natürlich auch trinkwasser durch schicken und das halt hier wo die wärme auch abgenommen wird ja im grunde das gleiche prinzip dafür gibt es aber spezielle wärmetauscher die halt die hat dafür ausgelegt sind auch möglichst viel zapfleistung zu erzeugen also das halt sehr viel sehr viel mehr rohr halte drin dafür zeige ich euch gleich aber das prinzip ist das gleiche rohr wird durchgeführt und ja und die wärme wird ausgetauscht entweder halt von heiß nach kalt in von einer kalt in den pufferspeicher rein oder aus dem pufferspeicher heraus ja das geht ja auch in beide richtungen also wärme wird immer abgegeben von dem kälteren auf der quatsch von dem wärmeren auf das kältere medium ja das heißt wenn es hier durch rohr wer mehr reinkommt als ein pufferspeicher ist wird der pufferspeicher erwärmt wenn es hier kälter reinkommt als ein pufferspeicher wird das was im rohr ist erwärmt ja müsst ihr euch merken und so das ist aber die möglichkeit halt hier eine systemkrennung einzukriegen ist eine relativ günstige variante auch weil hier so ein pufferspeicher plus noch so ein wärmetauscher kostet vielleicht 150 euro mehr es gibt die andere variante auch noch die habe ich ja in meiner zeichnung zu den anderen rundlagen ja auch gehabt und das ist ein externer wärmetauscher ja dann habe ich hier zum beispiel bei meiner frischwasser station da kriege ich halt eine trennung hin zwischen dem heizungswasser und dem trinkwasser ja das ist ein platten wärmetauscher ein platten wärmetauscher ich blende mal hier ein wieder aussieht ja und ja da fließt halt hier sind ganz viele platten und dann fließt das wasser hier so aneinander vorbei und und tauscht die wärme so ein nachteil bei dieser variante hier ist ihr braucht ja hier auf der seite hier eine pumpe ja weil hier muss ja das das wasser hier raus und hier wieder reinfließen ja und ihr braucht auf der anderen seite auch noch eine pumpe ja so das heißt bei dem bei der variante müsste einfach nur um hier quasi die die wärme austausch zu machen brauchte zwei pumpen ja entsprechende regelung auch dazu die müssen ja auch eingesteuert werden der pumpe der diese diese pumpen von daher ist das die teurere variante ja ja gibt es aber auch macht in manchen fällen ja auch auch sinn oder wenn ihr schon einen pufferspeicher der keine wendel hat ja dann ist das die einzige möglichkeit auch da wirklich das zu erweitern mit einem externen wärmetauscher wohlgemerkt wenn ihr das vorher plant würde ich das so grundsätzlich nicht machen bei mir gab es bestimmte gründe das zu tun aber es ist eher die ausnahme da würde ich eher immer die variante wählen mit den wärmetauscher drin die sind ja auch aus edelstahl welrohr so da gibt nichts kaputt das hält ewig ja so also das ist halt die günstigere variante das zu tun weil erst mal in anschaffung günstiger hier so ein großer wärmetauscher kostet auch richtig was und ihr habt ihr auch eher so das problem war den wärmetauschern bei dem platten wärmetausch auch das ist natürlich sehr eng die platten aneinander das heißt es kann eher dazu kommen dass sie irgendwie verstopfen zum beispiel oder gespült werden müssen und so beim edelstahl welrohr ist das kein problem ihr braucht halt mehrere pumpen wieder anschaffungskosten höher und das sind natürlich die pumpen sind wieder elektronische teile die werden euch als erste halt um die ohren fliegen ja ist halt so von daher dass wir die günstigere variante wenn ihr wärmetauscher haben wollt plant das schon mit ein dass hier welche drin sind okay so und ja also wie gesagt in diesen varianten könntet ihr halt könntet ihr solche variante als trinkwasserspeicher euch holen oder halt im heizungswasser auch aufzuheizen also wenn ihr jetzt natürlich hier das erweitert ja wie hier könnt ihr natürlich den gleichen pufferspeicher wie ich das jetzt tue für heizungswasser benutzen und durch diesen system them trainer könnt ihr euch natürlich das trinkwasser erwärmen aber es gibt auch spezielle speicher wo das ganze schon integriert ist ja so und da gibt es hier zwei varianten die ich kenne und das ist ein kombi speicher seht ihr das ist ein bisschen tiefer und so jetzt ist es drauf ja also das ist hier so ein kombi speicher ja da ist der eine typ der nennt sich tank in tank speicher ja so weil in diesem pufferspeicher selber ist noch mal ein kleinerer pufferspeicher drin an trinkwasserspeicher noch mal drin so und das heißt hier 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 ist heizungswasser drin ja und hier drin sind zwei extra anschlüsse nur für trinkwasser so das heißt wenn es hier warm wird ja dann ist sie vielleicht auch noch irgendwie ein extra wärmetauscher drin oder so damit dass hier sich auch erhitzt schnell dann wird ist das hier auch warm das trinkwasser und hier wird einfach kälteres wasser hier reingepumpt so und das warme wird er wieder entnommen so ihr habt also zwei pufferspeicher in einem der eine ist in dem anderen integriert so kann man machen habe zwei extra anschlüsse genauso hier wie bei dieser wende lösung spart ihr euch halt noch eine extra pumpe oder und auch halt noch ein extra extra platten wärmetauscher oder so das ist eine möglichkeit für einen kombi speicher ja kombi weil kombination aus aus heizung und trinkwasser so und die zweite variante die es gibt so ist das drauf ja so das ist ein hygienespeicher ist auch ein kombi speicher ist im grunde das gleiche was wir hier haben nur die normalen wärmetauscher die werden ja eher dazu benutzt hier die speicher zu beladen ja während hier der hygienespeicher dazu genutzt wird den pufferspeicher zu entladen und speziell quasi darauf ausgerichtet ist hohe zapfleistung hier auch rauszuholen ja das heißt wenn ihr wenn ihr halt wenn ihr haut zum beispiel duscht ja oder irgendwie duscht oder in zwei badezimmern auf momentan braucht ihr natürlich viele liter pro sekunde die da in entsprechenden temperatur wieder rauskommen deswegen braucht ja auch viel wärmetauscher fläche also viel mehr als normalerweise hier um so eine heizung zu beladen ja da müssen da muss schon richtige richtige heizleistung daraus kommen und deswegen gibt es hier speicher die meistens auch oft über den ganzen speicher hinweg so ein edelstahl wellrohr drin haben und ja halt hier wenn hier jetzt irgendwie kaltes wasser reinkommen würde stadtwasser durchschicken und dass wir eine entsprechende temperatur wieder rausschicken ja und ja die wärme halt abgeben und dann habt ihr auch trinkwasser ja auch der gleiche vorteil ihr braucht keinen externen plattentauscher ihr braucht spart durch eine pumpe können einfache regelung nehmen und ja das ganze ist auch im wartungsfreien also sehr coole variante das zu tun so also jetzt sind das die grundsätzlichen möglichkeiten die ihr habt und wie er die haben wir miteinander kombiniert ja wenn die mehrere speicher habt oder so zum beispiel da komme ich mit anderen video zu aber grundsätzlich würde ich euch vorschlagen wenn ihr das plant und das sage ich mal in euer gebäude reinkommen passt ja dann holt euch einen speicher der groß genug ist und beides kann ja also ich wüsste nicht wieso man jetzt ein extra trinkwasserspeicher bräuchte außer man hat vielleicht schon ein wie ein da stehen aber neun würde ich mir nicht kaufen wieso weil erst mal ist es einfacher von der anlagentechnik nur einen speicher zu nehmen ja weil die müssen auch nur einmal verroren einmal anschließen ihr braucht da nicht noch nicht extra pumpen und das zwischen speichern hin und her zu verteilen die wärme es ist also immer einfacher ein speicher zu nehmen das möglich ist ja so und dann den so auszulegen dass ihr halt auch alle anschlüsse irgendwie dann habt ihr braucht ja also wer meine entscheidung immer wenn nichts anderes dagegen spricht wie bei mir zum beispiel das würden wir mit tauscher zu lösen dann würde ich immer halt dazu tendieren hier also ein kombi speise zu nehmen und auch auch ein hygiene speicher und wieso sage ich euch also es gibt ja diese tank in tank lösung und auch beim trinkwasserspeicher ist es ja so dass ihr hier ja das wasser steht relativ lang ja so das kann ja sein wenn ihr am wochenende weg wart wo das wasser hier ist und dann steht das hier rum so und wenn das nicht bestimmte temperatur hat ja von mindestens 60 grad dann habt ihr das problem dass ihr eventuell legionellen bekommen könnt ja und das sind so bakterien die sich quasi in dem bereich zwischen ich meine 20 bis 50 grad anfangen zu vermehren ja und ja ja das sind halt die sind halt gesundheitsgefährdend ja wenn die im trinkwasser sind und die werden halt zum beispiel beim duschen also quasi nicht durch durch trinken oder so werdet ihr dann nicht krank sondern quasi durch durch den wasserdampf der daneben steht wenn er wasser entnimmt ja und wenn so halt trinkwasser lange irgendwo steht bei einer temperatur unter 50 grad also immer zwischen 20 50 grad dann kann das sein dass sich der legionell legionellen vermehren so und deshalb jetzt heutzutage davon sehr abgeraten halt er solche trinkwasserspeicher zu nehmen wir halt viel trinkwasser vorhaltet und hier ist das ja genauso bei dem tank in tank speicher das sind zwar vielleicht nicht die mengen aber das sind auch 150 liter die da eventuell auch mal ein paar tage gestanden sind so und wenn ihr jetzt natürlich hier so sowas über platten wärmetauscher nimmt ja ist das die optimalste variante weil hier sehr wenig wasser steht ja also hier steht in diesem wärmetauscher sind da was sich je nach größe vielleicht ein zwei drei vier liter oder so wasser die da stehen also das ist eine ganz kleine menge sage ich mal an legionellen die überhaupt irgendwie entstehen können und auch hier bei so einer wendel ist es viel viel weniger wasser das hier irgendwie länger stehen bleibt als hier in so ein tank in tank variante oder einen kompletten trinkwasserspeicher ja so deswegen wird ich euch immer entweder zu der variante mit hygienespeicher raten oder um noch sicherer zu sein was was siegeln angeht hier mit so einer wärmetauscher lösung ich persönlich wird immer das nehmen es ist deutlich günstiger viel einfacher in der verrohrung und in der anlagentechnik und das legionellen problem soll damit auch halt gelöst sein ja also das sind so die safe varianten davon so und jetzt ist es ja so ihr habt ihr auch diese wärmetauscher ja zum beladen des speichers und jetzt gibt es ja unterschiedliche varianten ja also ihr könnt natürlich den normalen speicher mit den mit ein oder zwei wärmetauscher nehmen ihr könnt aber auch so ein tank in tank speicher auch mit mehreren wärmetauscher nehmen oder ein hygienespeicher mit mehreren wärmetauscher es gibt hygienespeicher die haben hier eine wende halt fürs trinkwasser und dann noch mal eine was ich für ein solarstrang und noch eine für die wärmepumpe oder was auch immer ja so dass ihr auch sehr viele anschlüsse hat und sehr flexibel seit was das angeht ja also das gibt es in unterschiedlichen kombinationen ich habe hier so eine einfache variante also das hier mit dem wärmetauscher und das reicht für mich auch aus wenn ich jetzt natürlich noch eine wärmepumpe oder so anschließen will ja irgendwann oder sag ich mal ja dann kommt werde ich schon ins straucheln kommen weil mir dann halt irgendwie die anschlüsse fehlen da müssen wir überlegen wie ich das wie ich das löse ich könnte natürlich auch wärmetauscher machen so aber wie gesagt ist nicht die optimale lösung ja also ist es immer gut sich zu überlegen was will man was will man vielleicht ein paar jahren auch eventuell noch erweitert um sich dann entsprechenden speicher holen mit den mit entsprechend vielen anschlüssen aber nicht auf teufel kommen aus alles vollpacken weil das kostet auch geld also hygienespeicher ist auch deutlich teurer als normaler speicher und jeder wärmetauscher da drin kostet einfach geld ja ja also so viel dazu zu den unterschiedlichen speichertypen ja und ich werde im nächsten video euch auch noch erzählen wie ihr auch mehrere speicher aneinander miteinander verbinden könnte ja weil es gibt ja oft einfach das problem so ein pufferspeicher der hat ja eine gewisse größe so und ich hatte das problem bei mir auch ich habe einen keller der nur zwei meter hoch ist und so ein pufferspeicher mit 2000 littern den ich halt brauche der wir mindestens 230 hoch gewesen ich hätte das ding nicht reingekriegt ja es gibt liegend varianten auch kompliziert hätte ich auch nicht durch die tür gekriegt und so weiter ja von daher ist man manchmal dazu gezwungen mehrere speicher zu benutzen ja also nicht nur ein sondern mehrere ist immer die schlechtere variante an sich weil viel komplizierter zu verroren und natürlich auch teurer insgesamt aber manchmal kommt man nicht drum rum und da muss man mehrere speicher miteinander verschalten wie das geht erkläre ich im nächsten video zum thema pufferspeicher aber für dieses video war es das jetzt und ich hoffe das video hat dir gefallen hat dich weitergebracht und für ein bisschen mehr verständnis gesorgt und falls ja dann gibt mir einen daumen hoch abonniere meinen kanal kommentiere falls ich Mist erzählt habe falls es gefallen hat dann ja gibt mir gute comments drücke auf die glocke falls du über neue videos informiert werden möchtest und verteilt das video an jeden die du kennst ja falls du dich für das thema solatemi interessiert ist oder biomasse erneuerbare energien dann schau dir auch die anderen videos von mir an und wenn du wirklich irgendwie überlegst dir irgendwie so eine anlage zuzulegen ob pv solatemi oder ein pelletkessel zum beispiel dann biete ich dir eine online session mit mir an wo ich dir alles wissen irgendwie rüber reiche in kurzer zeit was du sonst in hunderten verschwinden recherche nicht bekommst und die auch gute anlagen weiterempfehlen kann ja so dass es auch eine freude ist ökologisch und auch finanziell für dich ja das biete ich dir an unten sind die daten wie du mich erreichen kannst und das war's für jetzt ich danke dir fürs zuschauen ich hoffe dass wir uns in einem der nächsten videos wiedersehen und wünschte die einen geilen und sonnigen tag ciao dann aric f und